Okay, hab ich mir ähm... Ach verdammt, wie heißt der Rotz denn jetzt? Rotz. Nee. Na sag mal, bist du zwar behindert oder was? Wie hieß er denn jetzt? Irgendein Spiel? Nee. Breaking Bad hab ich mir geholt. Die ersten zwei Staffeln. Fängt jetzt was Neues an. Ja, also da bin ich relativ multitaskingfähig, bei sonst ja nix. Aber was gucken, so Filme und so angeht, ist mir das... Also da kann ich auch überschneidend Sachen gucken, das ist nicht so schlimm. Höhe 70, ey, unsere Map ist voll hoch, ne? Meine erste Hacke ist im Arsch. Oh geil, jetzt können wir uns aber gleich schon mal wenigstens das Haus aus Stein bauen anstatt aus Dreck. Jetzt sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Obwohl, ne, weißt du was, ich würd sagen, wir sammeln das. Für unsere spätigen Häuser. Ja. Und das Dreckshaus können wir einfach verlassen für die Truhen oder so vielleicht. Ja, ne, 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 das kommt doch... Wieso für unsere Truhen, Alter? Wenn wir Häuser haben, kommen die Truhen auch in das Haus, oder nicht? Boah, und natürlich, wie das so... Das passt ja wieder super, ich muss schon wieder pissen. Boah, ich hab heut voll die Frauenblase, ne? Ich war jetzt schon viermal pissen, seit ich zuhause bin. Oh, armes Tuk-Tuk. Auf der Arbeit, ne, kann ich acht Stunden... Auf den anderen. Achso. Wollte sagen, ne andere Frau, wie ne andere Frau. Äh, auf der Arbeit kann ich acht Stunden arbeiten, ohne pissen zu müssen. Das ist gar kein Problem, ne? Aber wie ich zuhause bin, vor allen Dingen, wenn ich am Rechner sitze... Boah. Tja, läuft, wa? Und langsam krieg ich auch Hunger. Ich auch. Ja, läuft. Das, 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 das passt, das trifft das gut, ne? Ich glaube, das ist dunkel draußen. Ja. Sollen wir eben pennen? Jo. Bist du unten oder oben? Unten. Boah, ich muss auf jeden Fall gleich Steintreppen machen. Ich hasse dieses Hochhüpfen, ne? Ich auch. Ich hab lang... Oh, ich hab Hunger. Ich auch. Geile Partybeleuchtung, wa? Komm, wir gehen pennen. Partybeleuchtung, ja. Hast du auch obendrauf fuckern gemacht? Nee. Guck mal, das Haus, wie das auf der Minimap aussieht. Ja, da ist grad der Pfeil. Voll hell. Boah, wie lange dauert denn das noch? Wollte ich grad sagen, wieso dauert denn das so lange? Weiß ich nicht. Ey, irgendwas stimmt hier nicht. Ich steh mal eben auf. Nochmal. Nochmal. Liegst du? Ja. Zalata, Mr. Wars, Blay, Blah, keine Ahnung. Ach jetzt. Slain steht da. Also ich mach mal hier vorsichtshalber. Auf was auf das Dach. Weil ich hab keinen Bock, dass wir hier nachts irgendwie, dass da auf einmal ein Creeper vor uns steht. Das muss nicht schön aussehen. Ne, find ich auch. Mach mal. Ich glaub, hier ist in der näher einer Höhle, weil ich höre die ganze Zeit Monster, ey. Ja, dat kann. Hab ich mein Headset eigentlich auf Dolby applicants stehen? Weiß ich nicht. E-Frauded. hat, Headset. Hallo, Headset. Hallo, Headset. Headset! Ey, du Fotze! Ne, das will nicht. Boah, der Typ, der hier, wie ich davon erzählt habe, der Kerl arbeitet hier mit dem, der an mir vorbeigefahren ist und dann gerufen hat Uhu, Timo, ich bin deine Oma! Boah, ey, der ist so hohl, der Kerl, ne? Hey? Ja, der musste jetzt... Ja, eindeutig. Ähm, heute musste der so einen Typen anlernen, ne? Und der Typ ist, ja gut, der Typ ist eigentlich noch hohler eigentlich. Der ist wirklich einfach nur, der sieht aus wie so ein Troll. So einen komischen Kopf mit so komisch... Der sieht einfach seltsam aus. Ich meine, da hat keiner was dafür, aber der sieht einfach komisch aus. Auf jeden Fall kommt der Typ, der zu mir gerufen hat, ne? Kommt zu mir an und sagt, boah, der reilt dann alles nicht und blablabla und wenn ich dem was erkläre, sagt er, ne? Da macht er genau das Gegenteil. Ich sag, ja, Junge, das ist doch ganz einfach, easy going, ne? Musst du dem einfach nur was andersrum erzählen, dann macht der das Gegenteil und das ist ja dann richtig. Ne? Macht ja Sinn. Also, ne? Ist ja ein Scherz, aber... Und der guckt mich so komisch an und sagt dann, Ja, Junge, dann gehe ich jetzt mal... Also, Ralf, unser Chef heißt Ralf, ne? Dann gehe ich gleich mal nach Ralf und sag mal, ich möchte von Timo angelernt werden und dann sollst du mir mal alles andersrum erzählen und gucken, was dabei rauskommt. Ich hab kein Holz. Und ich guck den so an, ich denk, aber ist der total behindert oder was? Wovon redet der denn jetzt, Alter? Der ist so fertig, der Kerl, ne? Timo, ich hab kein Holz. Ich glaub, ich komm jetzt mal zu dir, ich brauch ein paar Stacks. Ich brauch acht... Ich hab noch genau ein Holz. Ich hab auch kein Holz mehr. Ja, müssen wir mal ein bisschen Holz fahren. Was ist das? Die Lett hast du, oder was? Ja. Boah, die hörst du... Alter, nein! Wieso hat sich mein Bildsch... Ah. Das hörst du voll extrem, ey. Passiert mal. Jetzt muss ich mal eben die Holzachse... die Holzspitzhacke hier aufbrauchen, ey. Sonst wird man die nie los. Handy! Deins, ja. Meins? Hat man vorhin nie vorhin gebimmelt? Ja. Jo. Stimmt, das hab ich voll vergessen. Entschuldigung, Sophia. Tut mir leid. Na, das kannst du auch. Was war denn hier nochmal? Boah, die Map ist so geil. Die Map ist echt... Epic. Epic. Epic Drop. Ach, und ich hab noch was zu bekannt gegeben, liebe User. Ich hab noch was zu bekannt gegeben. Ich hab noch was zu bekannt gegeben. Am 29.06. gibt es auch nochmal eine Special-Aufnahme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also, wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Also, wir sagen, dass das kommt. Ja. Aber kein Minecraft wahrscheinlich. Kommt drauf an, wenn Alex nicht mitmacht, dann können wir ja Minecraften. Oh, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, also, willst du das sagen? Ja, nee, konntest du dir auch erklären. Ja, äh, weil, äh... Ich laber sowieso zu viel. Ja, wir machen nämlich eine Geburtstagsaus-Auf-Ausnahme, genau. Aufnahme. Eine Geburtstagsausnahme. Geburtstagsausnahme mit Alkohol und... Lol. Alkohol und... Alkohol und Biernehol. Mit Alkohol und Bierneholen. Ja, ja, genau. Und Pizze. Alkohol. Geh mir mal den Alkohol. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ähm, wir werden dann, also, wenn wir zu dritt zocken, das weißen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht, also, wie viele wir sind. Wenn das nur Luki und ich sind, dann wird's wahrscheinlich Minecraft werden. Wenn Alex noch mitkommt, dann zocken wir Borderlands. Alias... Aber, ja, genau. Und weil ich hab am Dienstag Geburtstag und Luki hat am Samstag Geburtstag. Und dann, ähm, haben wir halt gesagt, werden wir dann, äh, zocken, aufnehmen. Wahrscheinlich auch mit Webcam aufnehmen und uns dann richtig besaufen dabei. Hä? Ja, sofort. Ah, da freu ich mich jetzt schon drauf, weißt du das? Und, äh, Alex und ich, wir werden dann ja wahrscheinlich wieder, oder ich werde dann wahrscheinlich wieder im Captain Morgan verfallen. Und das... Ja, das gibt... Das gibt nie ein gutes Ende, wenn ich Captain Morgan sauf. Timo? Ja? Kommst du hoch? Dann speichern wir eben ab. Ja, ich... Ich komm. Ja, lass aber schon noch 45 Minuten machen, oder? Äh. 45, wie spät haben wir denn angefangen? Ja, jetzt ist... Wie, du... Ich denk, du hast den nächsten Teil mal gesetzt. Ne, hab ich ihn vergessen. Ja, aber 37 sind wir jetzt. Also, dat wäre noch 7 Minuten... 8 Minuten. 8 Minuten noch. Ja, noch knapp 7 Minuten noch. Und dann können wir... Dann reißen wir ab hier und dann... Boah, Alter, ich muss sowas von strullen, ne? Das ist unfassbar. Hast du jetzt eigentlich Holz? Ja, 20 Stück. Warum? Ne, weil ich hab auch nicht mehr viele Sticks und so. Oh, ich mach jetzt erstmal Stein an. Entschuldigung, Leute, da tut es so leid. Tut es dir ja nicht. Nö. Aber kann man dir einfach mal sagen. Weißt du was? Mein Gott, lass mich durch. Während wir jetzt hier mal... Während wir jetzt noch 7 Minuten rumkriegen müssen... Werde ich mal eben ein paar Kühe töten. Hallo, Wolf. Und, was auch immer du bist. Deine Mutter. Muuu! Deine Mutter? Das ist deine Mutter. Ja, wer? Geil. Ah, komm. Dann machen wir doch erstmal zwei Äxte. Ich hab deine Mutter geschlachtet. Hä? War halt jetzt ein Lach-Ubsten drin? Ja. Geil. Je, 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 je. Boah, soll ich Dschungelholz nehmen oder Schneebiumholz? Schneebiumholz. Klingt geil. Ist das nicht... Wie heißt das denn? Was ist das? Fichtenholz ist das auch noch nicht. Ja, eins von beiden. Was soll ich nehmen? Wofür? Für Äxte und so. Das ist doch dasselbe, Alter. Das ist doch gleich... Die sehen dadurch nicht anders aus. Boah, Kühe! Tötet die Kühe! Nicht schlimm. Brauch ich den Rekt. Kühe, alter, geil! Ja, boah, boah, ich baue mir, ich baue mir vor allen Dingen. Ich mache mir später eine Kuh-Fahr... Ich mache mir sowieso von allem eine Farm. Ich habe aber noch keinen Huhn gesehen hier. Ich verrollte, ich habe schon eins kaputt gemacht. Ja, toll. Das, wovon wir nix hier haben, macht den Rekt kaputt, weißt du? Ja, voll normal. Kühe im Überfluss, aber nur ein Huhn. Und das wird erst mal okay, ein Huhn bringt ja auch nicht wirklich was, ne? Da brauchst du immer, muss ja zum Paar mindestens zwei haben. Ja, aber wieso, ne? Die kannst du doch... Wenn du die Eier sammelst, kannst du ja Glück haben, dass da... ...nach eine Million, eine Million, 369.527 versuchen, äh, auch ein Kükenball rumkommt. Ich brauche Dreck. Oh, ich muss pissen. Ah, ist ja okay. Drück da mal auf Blase, was ist denn los mit mir heute? Ist Pussy-Tag angesagt, oder was? Ja. Mein Gott, ne. Und Hunger habe ich auch, ey. Ich bin heute nur am Nöbeln. Mädchen, ne? Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Hallo! Für euch! Hm. Hallo! Das war jetzt so geil. Hallo, für euch! Du sagst Hallo für euch, dann kommt bei mir wieder noch Mö. So, wo ist der Ofen? Da ist der Ofen. Da packe ich jetzt mal das Ganze, die ganze Kohle rein. Und ein bisschen... Fleisch! Kohle hast du nur gesammelt? Äh, 16 oder so hatte ich. Die habe ich jetzt aber alle in den Ofen getan. Bei mir kommt Musik. Ja, ich habe aber Musik ein bisschen leiser eingestellt. Wenn wir dazu laufen. Ich hab mir voll die Ohren weg, Junge. Das ist das hier vom Mammutbaum, ey. Ich muss mir auf jeden Fall noch eine Playlist wieder machen. Ja. Geht sonst gar nicht klar, ey. Gar nicht klar, geht da. Hey, mach das weg da. Oh, ich hebe dann nach unten. Und wenn ich hier unten bin, dann laufe ich zum Haus. Dann nehme ich die Aufnahme Stop. Höh. Unser Haus sieht so lustig aus vom Wald, ne? So, so. Hier ist schon mal Sand für Glasscheiben nachher. Ja, das ist eine ganze Wüste, Alter. Vor allen Dingen, so wie ich mein Haus bauen will. Du brauchst jede Glas. Da brauche ich sowieso jede Menge Glas, aber ich werde. Was ist hier passiert? Ja, ich habe hier gerade ein bisschen abgerissen. Ich mache das ein bisschen höher, dann können wir nämlich in eine Decke reinziehen. Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe da alles in der Hand. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, da tun wir da an die Seite gehen, sollst du. Genau. Ähm, was ich jetzt sagen wollte ist, da ich da, so wie ich mein Haus geplant habe, mache ich das nicht aus Glasscheiben, sondern aus Glassblöcken. So richtig protzig, weißt du. Hast du noch Erde? Ich brauche noch mal eben ein bisschen Erde. Ja, habe ich. Uuuh. Ja, damit. Timo? Ja? Ne ich mal ihn um? Nee. Mach mal genick hoch. Ja, mach mal, warte. So als grünen Abschluss oder was? Boah, Alter, er drückt so dermaßen auf der Blase. Warte, genick hoch. Ja. So. Was machst du mal? Warte. Was? Eins, zwei, drei. Hat sich dein Charakter in die Hose geschissen, oder? Ja. So, liebe Leute. Dann setzen wir hier nochmal eben ein paar Fackeln hin, damit ich auch Janik spawnen kann. Ja, mach die Dicke einfach zu, dann passiert auch gar nichts. Nee, ich will aber eine Dachterrasse haben. Achso. So. Ich habe noch neun Holz. Ach, neun. So. Ja, sogar noch. Sollte eigentlich gehen. Was war denn Holz in die? Nö. Nicht schlimm, hab nur über den Stack. So. Dann würde ich sagen... Auf Wiedersehen, liebe Leute. Ja, das war die... Vielleicht ist es nicht folgt. Ja, das war die erste Session. Das kann richtig lustig werden hier. Oh ja. Ja, wir bedanken uns, würde ich sagen, fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch. Ja, ähm, ähm, äh... Kommentare sind gerne gesehen. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was wir bauen sollen. Ich habe zwar schon eine Vorstellung von dem Haus, was ich bauen will. Aber, äh, man kann ja auch alles Mögliche bauen, ne? Ja. Deswegen, also, alles, was euch einfällt, reinschreiben, liken. Perfekt. Sonst habe ich gerade nichts zu sagen. Welches Level hast du? Welches Level bist du? Ich bin vier. Ey, Timo. Guck mich mal an. Ja? Na? Mach ich jetzt nicht, weil ich bin voll. Gut, ähm, vielen Dank, liebe Leute. Und auf Wiedersehen. Bis den nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017